Wir stehen in sehr engem und intensiven Dialog mit dem Ministerium, mit der bayerischen Polizei, aber auch mit allen Fangruppen, um hier das Zusammenspiel der einzelnen Kräfte noch zu stärken und dadurch alle unsere Leidenschaft im Fußball frönen zu können. Ich finde, dass es erstmal in Bayern landschaftlich so schön ist und dadurch alles bietet, was man als Sportler braucht. Es ist auch ganz egal, ob es Wasser ist, ob es Berge sind, ob es Fußballstadien sind. Bayern ist ein unheimlich sportbegeistertes Land mit sehr, sehr vielen guten Athleten und Sportlern, ganz egal, ob im Amateur-, Freizeit- oder im Profibereich.